So, ein Blick ins Trocknungsauslieferungslager, hier haben wir unsere 100 kW mit FU, hier haben wir ein bisschen Exot, das ist 7,5 kW Abgang nach oben und Wasseranschlüsse auch nach oben und hier haben wir jetzt das kleinste und einfachste 50 kW, 1 kW Gebläse und hier so ein Stecker mit Motorschutzschalter, einstecken, grün und läuft. Ja, sonst haben wir halt so alles was gerade so rausgeht, meistens gerade so 100er mit 7,5.